Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobelton und unser Thema heute, wie schneide ich einen hängenden Erbsenstrauch, einen Karagana Arboressens Pendula? Nun, eigentlich gar nicht. Zunächst einmal lasse ich ihn einfach runter wachsen und tue nichts. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im Garten und sollte auch eine von Ihren Lieblingsbeschäftigungen sein. Nichts tun. Also, der entwickelt sich, bildet mit der Zeit eine volle Krone und die Äste kommen bis zum Boden. Natürlich habe ich dann die Möglichkeit, hier ein bisschen raufzunehmen, dass Sie sich nicht am Boden noch bewurzeln oder in den Boden hineinwachsen. Wenn Sie da ein bisschen Luft haben wollen, können Sie sie natürlich immer ein bisschen zurücknehmen. Nach einigen Jahren werden Sie dann sehen, dass einige Äste alt werden, verkahlen. Schauen Sie hier den mal. Der wird hier immer kahler werden nach 5, 6 Jahren. Und dann macht es Sinn, einzelne Äste bis zum Ansatz zurückzunehmen und nur hier ein bisschen etwas stehen zu lassen, damit sich hier neue, frische, grüne Triebe entwickeln, die bis ganz runter wachsen. Also, wenn dann zurückschneiden, dann ganze Triebe zurückschneiden, damit sich hier neue Triebe entwickeln. Selbstverständlich haben Sie überschnitt auch die Möglichkeit, die Krone breiter zu machen. Wenn Sie nichts machen, bleibt die Krone schmal und entwickelt sich bis zum Boden. Wenn Sie die ersten paar Jahre die Krone immer wieder zurückschneiden, also hier diesen Trieb zurückschneiden, dann entsteht wieder so ein Bogen und den wieder zurückschneiden, wird die Krone breiter und das ganze Pflanzengebilde wird etwas grösser und entwickelt sich etwas breiter, pilzartiger und bleibt nicht so schmal. Das sind so die Tipps, die Möglichkeiten, die Sie mit dem Schneiden, mit dem Karaganarboreszenz, Pendula, mit dem hängenden Erbsenstrauch haben. Wie immer, schreiben Sie Ihre Kommentare unten rein, wie haben Sie ihn geschnitten, wie war die Entwicklung des Strauss bei Ihnen und gärten Sie weiter.